Heute steigen wir tiefer ein als jemals zuvor. Willkommen zu Inside, Inside Star Citizen. Heute geht es um die Anvil Ballista und CRGs Vorliebe für das Chaos. Wir werfen einen Blick auf die Dekoration und Einrichtungsgegenstände der 890 Jump. Und es gibt einen Einblick auf das neue Nahkampfsystem. Und es gibt einen neuen Stand in Bezug auf die Klage von Crytek gegen CIG. Und auch das beleuchten wir im Rahmen dieser Inside Star Citizen Übersetzung. Wie der Name schon verrät, geht es heute darum, wie eine Folge von Inside Star Citizen gedreht und produziert wird. Das wird hier jedenfalls so anmoderiert. Ich erlaube mir mal zu spoilern, indem ich euch sage, dass das nicht so ist, sondern nur ein kleiner augenzwinkernder Witz. Mit kleinen Unterbrechungen von Jared erzählt uns der Moderator, dass es eine teilweise beängstigende Aufgabe sein kann, Woche für Woche von der Pflicht zur Produktion eines Inside Star Citizen verfolgt zu werden. Die Teammitglieder im globalen Videoproduktionsteam setzen sich daher jeden Tag mit Entwicklern zusammen, um herauszufinden, wie sie ihre Arbeiten spannend und kurz vorstellen können. Im Hinblick auf die kürzlich veröffentlichte Anvil Ballista bedeutete das, die zwei Designer des Studios in Los Angeles zu interviewen, die dieses Fahrzeug maßgeblich zum Leben erweckt haben. Die Ballista ergänzt das Verse um ein neues Gameplay-Element. Es geht um die Frage, wie Spieler ihren Grundbesitz verteidigen oder andere Bodenobjekte beschützen können. Sie erweitert also den Star Citizen Fuhrpark und bietet eine interessante Boden-Luft-Verteidigungs-Spielkomponente. Das Hauptargument für die Ballista ist ihre Reichweite. Selbst wenn Raumschiffe außerhalb der Sichtweite sind, kann die Ballista sie dennoch erfassen und beschießen. Man kann also Schiffe angreifen, bevor sie selbst die Ballista sehen können. Weiterhin ist die Zeit für das Aufschalten eines Ziels etwas kürzer als die in einem Raumschiff. Die Ballista verfügt über Raketen der Größen 5 und 7, die auf einer drehbaren Abschussvorrichtung montiert sind, was ebenfalls völlig neu im Star Citizen Spieluniversum ist. Wie hier kurz eingeblendet zu sehen, kann der Turm um 180 Grad gedreht werden. Die Maximalreichweite der Raketen ist aktuell auf 9 Kilometer eingestellt. In Zukunft plant man, diese Reichweite weiter zu erhöhen, je nach der EM-Signatur der anvisierten Schiffe. Das Tolle an einer Veröffentlichung, die ohne Konzeptphase direkt an die Spieler geht, ist, dass man das betreffende Schiff oder Fahrzeug in einem Durchgang mit Design, Konzept und Produktion quasi durchentwickeln kann. Alle Ressourcen sind verfügbar und können durchgängig Hand in Hand arbeiten. Das bedeutet, dass alle Beteiligten durchgängig im Thema bleiben und die Produktionszeit so minimiert wird. CRG hofft, mit diesem Gerät Chaos zu produzieren. Sie möchten, dass Spieler Außenposten verteidigen. Sie möchten, dass Spielergruppen Bereiche verteidigen und andere Gruppen versuchen, diese zu erobern. Und CRG sagt auch, dass sie vermuten, dass sich Ballistas rund um Hurston und Lorwell postieren und Spieler daran hindern werden, zu landen. Persönlich einwerfen muss ich, dass mir langsam das Verständnis dafür abhanden kommt, was CRG als Spielspaß versteht. Das ist mir völlig unverständlich. Aber gut, meine Hoffnung ist, dass dieser Kommentar hier nur augenzwinkernd gemeint war. Denn es ist kein Spaß, liebe CRG, wenn man auf Lorwell anfliegt, dort abgeschossen zu werden. Insbesondere nicht für Leute, die unter Umständen keiner Gruppe angehören. Und ihr selbst habt bisher immer gesagt, dass man das Spiel auch als Einzelspieler genießen können soll. Und das führt ihr mit dieser Aussage komplett ad absurdum. Als nächstes geht's zum mächtigen 890 Jump mit ihren unglaublichen 68 Räumen. Einem Schiff, das von vielen Citizens sehnlichst erwartet wird. Dieses massive, große Schiff muss aber auch eingerichtet werden mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Das ist die Aufgabe des Props-Team, das nun einige Aspekte ihrer Arbeit vorstellt. Hier sehen wir einige Assets für den Spa-Bereich. Hier ein Set für die Küche. Es sollte den Eindruck erwecken, dass professionelle Köche ihr Handwerk an Bord durchführen oder ihrem Handwerk an Bord nachgehen. Generell war es das Ziel, mit allen Einrichtungsgegenständen den Luxusstandard des Schiffes visuell zu repräsentieren. Insofern hat man neben nützlichen Gegenständen auch Skulpturen entworfen. Kleine als auch große. Außerdem gibt es Gemälde, die speziell für die 890 Jump gemalt wurden. Als kleines Easter Egg hat sich jeder beteiligte Designer mit seiner, ihrer, Signatur auf den Bildern verewigt. Am Ende hofft CRG, dass ihre Arbeiten das luxuriöse Gefühl unterstreichen, wenn man sich an Bord der 890 Jump befindet. Normalerweise gibt es in den wöchentlichen Inside Star Citizen Sendungen einen Blick auf die Arbeiten des nächsten anstehenden Patches. Aktuell wäre das 3.7. Da die Sprints aber gerade erst gestartet sind, gibt es hier noch nicht viel zu berichten. Deshalb werfen wir einen Blick auf Arbeiten an einem Thema, dessen Ergebnisse erst in einer weiter entfernten Zukunft ihren Weg ins Verse finden werden. Und das ist der sogenannte Melee Combat, der Nahkampf. An der Erarbeitung des Nahkampfsystems hat man, wie von Jared anmoderiert, gerade erst begonnen. Nahkampf umfasst dabei natürlich den waffenlosen Kampf mit Fäusten, aber auch den bewaffneten Kampf, zum Beispiel mit Messern oder weiteren Gegenständen, was da so in Zukunft noch entworfen werden wird. Wie bei allen Bewegungen im Verse, angefangen vom Gehen, Sitzen, Ein- und Aussteigen in Raumschiffe etc. pp., müssen natürlich auch Kämpfe komplett per Motion Capturing aufgenommen und die Körperbewegungen so digitalisiert werden. Hier sehen wir eine erste Version aus der Ego-Perspektive. Hier der Versuch, den Blick des Schlagenden mit der aus dem Schlag resultierenden Körperbewegung zu synchronisieren. Die Herausforderung dabei ist, dass die Kamerabewegung natürlich Gewicht und Kraft der Schläge widerspiegeln soll, sich dabei aber nicht zu heftig bewegen, weil das wiederum den Spieler aus der Immersion herausziehen würde. Dabei soll der Grad der Kamerabewegung variieren, je nach Angriffsart. Bei leichten Schlägen, sogenannten Jabs, weniger, bei heftigen Punches umso mehr. In diesem Test Nummer 3 sehen wir, dass die Kamera beim Schlag des linken Armes schon ganz ordentlich wirkt, mit dem rechten Arm geht das aber noch gar nicht. Im hier zu sehenden vierten Test nähern sich Kopf- und damit Kamerabewegung mehr dem an, was CRG erreichen möchte, aber es ist noch nicht das, was sie haben wollen. Alles in allem ist es eine größere technische Herausforderung, als es im ersten Moment wirken mag. Hier sehen wir jetzt Test 35, der jetzt richtig seltsam wirkt. Der Grund ist, man hat schlicht Kopf und Körper komplett fixiert. Man wollte sich so von der Armbewegung langsam zur korrespondierenden Körperbewegung vorarbeiten, anstatt zu versuchen, den gesamten Körper auf einmal abstimmen zu wollen. Tatsächlich hat man mit diesem quasi inverse-kinematischen Ansatz die Lösung gefunden zu einem guten Mix aus Kamerabewegung und Darstellungskonsistenz, wie man das am folgenden Beispiel erkennen kann, wo nun linke und rechte Hand eine durchgängige, kontrollierte Kamerabewegung erzeugen. Es gibt noch viel zu tun, man freut sich aber über diesen ersten wichtigen Schritt in der Erarbeitung des Nahkampfes. Und das war es schon mit einem überraschend fleischlosen Inside Star Citizen. Dafür, dass sie vier Wochen Pause hatten? Wenig, sehr wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht ein kleiner Rückblick auf die Veröffentlichung von 3.6 geworfen wird, auf die Herausforderungen, auf vielleicht auch die ersten Erkenntnisse, den Status Quo. Ja, und dennoch vielleicht sogar auch einen Ausblick auf die Arbeiten und die Pläne für 3.7. Also das, was wir heute geboten bekommen haben, das war nichts. Das fand ich nicht wirklich der Zeit wert, das zu gucken. Es gab insofern für mich ja jetzt auch nichts zu erklären, aber ich habe dennoch ein kleines Goodie für euch, einen kleinen Zusatz. Und zwar, es gibt Fortschritte im Hinblick auf die Klage von Crytek gegen CIG. Crytek hat ja CIG verklagt in vier Punkten. Zum einen, weil sie Ansprüche erheben wegen Verletzungen und Urheberrechtsverletzungen der vereinbarten Nutzung ihrer Engine im Squadron 42. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, das Versäumnis von CIG, Crytek Bugfixes und Optimierungen rechtzeitig zu liefern. Das dritte ist die Entscheidung von CIG, die Urheberrechts- und Markenhinweise von Crytek zu entfernen. Das finden sie auch nicht gut, das möchten sie wieder drin haben, beziehungsweise hier auch Schadensersatz dann einfordern. Und das vierte wäre die angebliche Offenlegung des CryEngine-Quellcodes in den Bugsmasher-Videos, die CIG so öffentlich zugänglich gemacht haben soll. So, und in zwei Instanzen, in den zwei vorangegangenen Instanzen, ist Crytek abgeschmettert worden, haben also Crytek's Klage nicht recht gegeben. Und CIG ist daraufhin frech geworden, hat gesagt, na ja, dann gucken wir doch mal, ob wir ein bisschen zurückschießen können. Und haben gesagt, wir haben Kosten für Anwälte, für Gerichtskosten, wie auch immer, und haben diese Kosten, die sozusagen Bestandskosten bis heute und die noch möglicherweise rechnerisch anstehenden Kosten in Höhe von zwei Millionen Dollar bei Crytek angefordert oder eingefordert. Und zwar insofern, als dass sie das als Sicherheit beim Gericht hinterlegen. Und das fand Crytek natürlich total doof und sind dagegen angegangen. Wie gesagt, das machen wir nicht. Im Folgenden dieses ganz interessanten Dokuments werden diese vier Punkte noch mal kurz umrissen und die Entscheidungen beschrieben. Im ersten Punkt wird noch einmal aufgegriffen, dass die CryEngine lizenziert wurde für das Spiel. Und das Spiel umfasst Star Citizen als auch Squadron 42. Ergo kann es kein Verbot geben oder eine Begrenzung der Nutzung der CryEngine auf das ein oder andere Spiel. Beim zweiten Punkt gibt das Gericht der Klagenden, Crytek teilweise recht, weil es vereinbart gewesen ist, dass Bugfixes und Optimierungen geliefert werden an Crytek, dass es nicht passiert, wurde aber dann nachgeholt im Rahmen dieser Klage. Das ist insofern etwas ungeschickt, weil CRG natürlich ihren vertraglichen Verpflichtungen im Nachhinein noch nachkommen wollte. Crytek hat das aber als Gewinn in ihrer Angelegenheit ausgelegt, also quasi als passive Zustimmung, dass hier die Klage gerechtfertigt ist. Das ist aber ein Thema, das fließt dann in die Gesamtentscheidung, in die Gesamtklage ein und hat hier in diesem Zusammenhang jetzt nichts weiter zu sagen. Dabei wird wiederholt in dieser Schrift darauf hingewiesen, dass CRG bereits in zwei Punkten Recht bekommen hat, beziehungsweise Crytek mit der Klage da nicht durchgekommen ist, weshalb sie vielleicht in einem Punkt Recht bekommen, was aber, wie gesagt, im Gesamtkontext, im Gesamtgewicht gegebenenfalls untergehen oder beziehungsweise nur ein geringes Gewicht haben könnte. Dann wird weiter ausgeführt, dass Crytek trotz des Wechsels erwähnt werden möchte, weil die Lumberyard Engine ja auf dem Quellcode der CryEngine basiert, aber auch das hat das Gericht abgelehnt, beziehungsweise sagen, dass hier der Erfolg dann eher gering ist, beziehungsweise die Erfolgschance eher auf Seiten von CRG liegt. Und dann die völlig krude Behauptung, dass Quellcode im Rahmen der Bugsmasher-Videos offengelegt worden ist. Auch hier wird beschrieben, dass natürlich der Quellcode öffentlich zugänglich ist von Crytek selbst, weshalb sie auch zu dem Schluss kommen, dass Crytek hier in diesem Punkt keine Chance haben wird, das durchzubekommen. Insgesamt betrachtet kommt das Gericht zu dem Schluss, dass Crytek nur geringe Chancen haben wird, mit ihrer Klage durchzukommen. Es bestehen kleinere Chancen, hier vielleicht noch zu einer Zahlung zu gelangen, weil sie in kleinen Teilbereichen Recht bekommen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass auch CRG in vielen Punkten Recht bekommt und daher auch einen Teil der Kosten durch Crytek bezahlt bekommen wird, ist hoch, weshalb sie CRG Recht geben, dass Crytek hier eine Sicherheit hinterlegen muss für den Ausgleich der entstandenen Kosten. Im Weiteren geht es darum, um die Behauptung, dass Crytek in einer finanziellen Notlage ist, dass sie seit Jahren vor einer Insolvenz stehen und tatsächlich bestreitet das Crytek auch nicht, was ja quasi ein schweigendes Zugeständnis oder Einverständnis ist in Anbetracht dieser Situation. So wird das auch hier geschrieben in dem Text. Weshalb das Gericht die Forderung von CRG über 2 Millionen Euro gegenüber Crytek reduziert auf 500.000 Euro, weil sie sagen, Crytek muss trotz aller Schwierigkeiten auch zukünftig die Möglichkeit haben, ihren Prozess noch zu Ende bringen zu können. Und es stehen die Zweifel im Raum, wenn sie jetzt 2 Millionen Dollar hinterlegen müssen, dass sie das nicht mehr tun können. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das das Ansinnen von CRG gewesen ist, hier Crytek wirklich den Hahn zuzudrehen und dass sie einfach aus Mangel an finanziellen Ressourcen sich dann aus diesem Thema zurückziehen. Offiziell sagen sie natürlich, wir haben Anwaltskosten in, die werden hier auch genannt, Höhe von 387.528,45 Dollar. Und werden voraussichtlich noch weitere Kosten haben in Höhe von 1,6 Millionen Dollar. Und das möchten sie von Crytek bezahlt bekommen. Wie gesagt, dieses ganze Thema, diese ganze Klageangelegenheit, die ist noch am Laufen, die ist noch nicht abgeschlossen. Wenn ich mir das aber mal wieder hier durchsehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass Crytek noch großartig Erfolg haben wird. Und es wäre schlau, wenn sie sich auf einen Vergleich einlassen würden mit CRG, wobei ich nicht weiß, ob da nicht inzwischen so viele Scherben zerstört worden sind, so viele Scherben produziert worden sind, dass da überhaupt noch der Wille vorhanden ist zu einem Vergleich. Crytek muss also jetzt diese 500.000 Dollar an Sicherheit hinterlegen. Die Klage kann von Crytek fortgeführt werden. Denn, wie gesagt, wenn ich mir den Text durchlese, bezweifle ich, dass sie das machen sollten. Sie sollten eher die Tatsache akzeptieren, dass sie sich hier nicht gesund sanieren können durch diese Geschichte. Und das einfach sein lassen, bevor sie noch mehr Kosten an der Backe haben. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass sie sich sagen, das ist jetzt Kaffeesatzlesen, ey, wir haben eh kein Geld mehr. Wir bringen das jetzt noch zu Ende, soweit wir können. Und vielleicht kriegen wir was raus. Und wenn wir nichts rauskriegen, sind wir eh pleite. Kann auch einfach eine letzte Verzweiflungsaktion sein. Ja, ganz interessant. Wie gesagt, da wird noch einiges folgen. Wir brauchen uns aber, denke ich, keine Sorgen zu machen, dass es hier zu einem großartigen Schaden oder irgendeiner Einschränkung in der Entwicklung von Squadron 42 und Star Citizen kommen wird. Das war's jetzt wirklich von meiner Seite für diese Woche. Ich wünsche euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.